Hallo, ich bin Helene Hux und das ist der sechste Part meiner Love Island Challenge. Viel Spaß! Im letzten Part mussten wir uns leider von unserem Rex verabschieden. Trotzdem sind aber tatsächlich noch acht Kandidaten und Kandidatinnen in der Villa. In der nächsten Woche findet tatsächlich auch schon unser Finale statt. Das heißt, heute werden wir Paare bilden. Wir brauchen also insgesamt vier Couples, jeder muss einen Partner bzw. eine Partnerin finden. Und diese werden dann im Finale gegeneinander antreten und so können wir dann bestimmen, wer als Gewinner und Gewinnerin hervorgeht. Wir starten jetzt in den Part hinein. Dann schauen wir uns jetzt zu Beginn gleich mal an, wer noch in der Villa ist. Von der Originalbesetzung, also von denen, die seit der ersten Woche dabei sind, haben wir tatsächlich noch unsere Zoe, die gerade hier draußen tanzt. Sie ist mal wieder im Bikini. Wie könnte es anders sein? Dann haben wir unseren Tony, der hier gerade an einem Computer spielt, den er nicht besitzen sollte. Denn dieser Computer war eigentlich nur da, dass ich in den MC Command Center Mod gehen kann. Aber okay, ich wünsche dir ganz viel Spaß, Tony. Dann haben wir unsere Olivia. Ich glaube, die ist auch schon von Anfang an dabei. Die tanzt hier. Mandy ist, glaube ich, auch schon von Anfang an dabei. Die macht gerade gar nichts. Und dann haben wir noch einige Neuzugänge. Da haben wir zum Beispiel die Clara. Dann haben wir die Lou. Dann haben wir die Mia. Und die Elle. Das heißt, es ist tatsächlich Tony als einziger Mann in der Villa übergeblieben. Ansonsten haben wir nur noch Frauen hier. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie wir das dann machen mit denen, wie wir Pärchen bilden. Vielleicht werden die sich einfach noch ein bisschen kennenlernen. Vielleicht auch miteinander Sachen machen. Das muss ich mir noch überlegen. Und dann müssen wir auf jeden Fall eben Paare bilden. Und in der nächsten Woche treten die dann alle gegeneinander an. Das wird wild werden. Da muss ich mir ganz viele Challenges überlegen, die eben als Paare funktionieren. Also falls euch da was einfällt, lasst mich das sehr, sehr gern wissen. Tony ist sehr traurig. Scheidende Liebe. Ach ja. Das war ja im letzten Part auch noch. Tony hat einfach Olivia oder Zoe geohrfeigt. Irgendwenn von beiden. Das war auch nicht schön. Aber ich hätte gesagt, wir schauen uns jetzt einfach mal näher an, wie die zueinander stehen momentan. Also wir haben auf jeden Fall mal Mia. Mia hat eine romantische Leiste zu Tony. Aber ansonsten ist noch nicht wirklich viel bei ihr passiert. Also Tony und sie haben 32% romantische Leiste. Ja. Ist jetzt nicht wirklich viel. Und sie und Mandy hassen sich. Denn die beiden, ja, haben sich letztes Mal geprügelt. Jetzt werden wir auslosen, was Zoe und Tony miteinander machen werden. Wow. Das war knapp. Sie werden sich küssen und es wäre fast prügeln geworden. Ich will ja nichts sagen. Aber prügeln wäre vielleicht doch spannender geworden. Gut. Tony, wo ist Zoe? Zoe wäscht sich gerade ihre Hände. Dann kann sie nach unten kommen. Und dann werden die sich küssen. Tony geht jetzt auf Zoe zu und wird sie sanft küssen. Ich bin schon gespannt, ob es irgendjemand sieht. Ob es jemand anders mitbekommt. Ob wieder irgendwer sich mit irgendjemandem prügelt. Das weiß man hier nicht so genau. Wir hatten tatsächlich schon einige Prügeleien. In die meisten Prügeleien war entweder Zoe oder Mandy verstrickt. Eine von den beiden war immer der ausschlaggebende Punkt. Oh, das war süß. Und nun werden wir Olivia und Tony auslosen. Die beiden werden miteinander flirten. Natürlich können wir auch das sehr gern machen. Hier haben wir Olivia. Tony geht jetzt direkt von Zoe weg und wird Olivia anflirten. Das wird sehr gut funktionieren. Zoe wird sich ja absolut kein Problem mit der Situation haben. Wobei, wer weiß, vielleicht geht sie ja weg früh genug. Man weiß es nicht. Was wird passieren? Wird sie es beobachten oder wird sie es nicht beobachten? Und Tony geht natürlich wieder mal so herum und nicht so herum. Wieso ist das so? Zumindest bekommt Zoe nichts mit. Vielleicht hat er es ja deswegen gemacht, damit Zoe nichts mitbekommt. Mia wurde von jemandem betrogen, den sie wirklich gern hatte und schäumt vor Eifersucht. Wie soll sie je wieder vertrauen? Nun ist auch noch Mia eifersüchtig. Ich glaube, in diesem Haus sind jetzt mindestens vier Sims eifersüchtig oder so. Aber was ist da gerade passiert? Also Mia hatte nämlich eine romantische Leiste. Mit Olivia? Nein, das stimmt doch gar nicht. Ach, mit Tony. Okay. Und das hat jetzt natürlich an deren Beziehung gelitten. Ja. Und Olivia hat davon aber natürlich nichts mitbekommen. Wie sollte es anders sein? Dann drehen wir das Rad jetzt gleich nochmal für Olivia und Zoe. Die kalte Schulter zeigen. Ja gut. Dann wird jetzt Olivia direkt mal zu Zoe hingehen und ihr die kalte Schulter zeigen. Zoe, wo bist du? Die verstecken sich immer alle. Es ist hier gar nicht so einfach, alle zu finden. Das ist Clara. Das ist der Butler. Zoe, wo bist du? Ach, du bist ja eh da. Okay. Olivia wird jetzt hingehen und wird... Das können wir gerade nicht. Dann sollen sie sich zuerst mal über Musik streiten. und dann werden wir ihr die kalte Schulter zeigen, sobald das möglich ist. Äh, habt ihr das gesehen? Jetzt wollte Mia gerade Toni anflirten und er ist einfach abgelehnt. Ja gut, die beiden... Das funktioniert nicht mehr so gut. Vielleicht hat Toni sich ja jetzt doch für Olivia entschieden. Olivia wird ihr jetzt einfach nochmal verbotene Wörter um die Ohren brüllen. Zoe schreit einfach komplett zurück. Dann werden wir sie mal anbrüllen. Ich möchte ihr doch nur die kalte Schulter zeigen. Und Mia und Toni wissen gar nicht mehr, was überhaupt abgeht. Okay, never mind. Ich glaube, der Streit ist doch schon vorbei. Ich meine, sie haben einander angeschrien und Olivia haut jetzt ab. Also ich glaube, es reicht ihr einfach. Und sie stinkt, glaube ich, auch. Nein, sie muss nur auf die Toilette. Okay. Aber Zoe ist jetzt natürlich schon wieder mal komplett wütend. Verdriesliches Gespräch. Und leider verloren. Weil beide den Streit verloren haben. Okay. Gut. Aber die beiden können sich ja noch ein bisschen miteinander unterhalten. und wir werden jetzt gleich noch was auslosen. Das heißt, jetzt haben wir Clara und Mia. Clara und Mia. Was werden die beiden machen? Prügeln. Clara und Mia müssen jetzt miteinander prügeln. Okay. Wer sind die überhaupt? Mia bist du. Didi eh gerade. Warum geht es der nochmal schlecht? Ach genau, der geht schlecht, weil sie ja ein bisschen in love mit Toni war. Komm mal daher. Und wo haben wir Clara? Du kommst jetzt auch daher. Und die ist auch sehr angespannt. Pfade Umgebung wegen Merkmal materialistisch. Deswegen wird jetzt Mia mal hingehen und wird Clara einfach mal verbotene Wörter um die Ohren brüllen und wird über ihr Outfit spotten und einfach sagen, was hast du da eigentlich für ein Outfit an? Was soll das überhaupt sein? Wer rennt so herum? Und Clara lässt sich das natürlich nicht gefallen und wird gleich mal zurückschreien und andeuten, dass Mias Mutter ein Lama sei. Und dann wird sie sie anbrüllen und wird ein Getränk nach ihr werfen. Okay, das ist sehr schnell eskaliert. Wo gehen die beiden jetzt hin? Hey, du gehst jetzt nicht duschen. Bleib da. Du gehst auch nicht zum Schrank weinen. Was ist denn mit euch? Mach doch, was ich euch sage. Clara, geh hin und beleidige sie. Du kannst dabei ruhig stinken. Das ist egal. Dann werden sie sich mal über Musik streiten. Dann wird sie sie anbrüllen. Sie schreien so laut. Und dann wird sie sie noch mal beleidigen. Und sie ist auch schon unfassbar wütend. Mir geht es tatsächlich noch ganz okay. Ich weiß auch nicht warum. Aber irgendwie kommt die besser damit klar. Dann wird sie sie auch gleich mal anfangen zu schubsen. Also es wird schon handgreiflich. Ich glaube, es dauert nicht mehr allzu lang, bis die beiden sich prügeln werden. Aber irgendwie brauchen wir ja in jedem Part eine Prügelei. Ich glaube, das muss einfach so sein. Und da geht Lou vorbei und denkt sich nur, oh mein Gott, was passiert hier schon wieder? Wieso prügeln die sich immer? Dann schubsen wir sie noch mal. Dann wird sie ihr Gesicht beleidigen. Oh mein Gott. Sie hassen sich schon so. Und dann werden die beiden miteinander kämpfen. Kämpft miteinander. Ich bin schon gespannt, wer gewinnt. Was glaubt ihr? Es sieht wild aus. Wer wird gewinnen? Clara hat das süße, verführerische Gefühl verspürt, gemein zu sein. Soll sie zulassen, dass dies ein Teil ihrer Persönlichkeit wird? Ja, natürlich. Go for it. Clara ist jetzt auch noch böse. Mia hat einfach schon wieder verloren. Mia, ich glaube, du solltest dich nicht mehr prügeln. Du bist nicht gut darin. Sorry, dass ich dir das so direkt sagen muss. Aber zumindest kannst du jetzt mal auf die Toilette gehen. Nun werden wir herausfinden, wen wird Mandy küssen. Lou. Das finde ich toll. Lou war irgendwie noch gar nicht so Teil von dem Ganzen. Wo haben wir sie denn? Sie macht da auch gerade ein Nickerchen. Komm da raus. Komm da her. Dann wo gehen wir denn hin? Wo ist denn Mandy? Ach, Mandy schläft hier. Ja, perfekt. Mandy, dann kommst du da raus, bitte. Ach, das ist nicht Mandy. Das ist Mia. Da. Mandy, komm da raus. Ja, also die müssen sich jetzt küssen. Okay, kommt weiter hier hin. Mandy, geh hin zu Lou und flirt gleich mal mit dir. Bin schon gespannt, ob sie drauf einsteigt. Ähm, naja, ihr könnt euch schon ansehen dabei tatsächlich. Dann können sie mal knuddeln miteinander. Hände küssen ist mir nämlich zu wenig. Da brauchen wir schon ein bisschen mehr. Dann einen mutigen Anmachspruch. Dann stellst du ihr noch eine schlüpfrige Frage. Dann flirten wir nochmal. Und dann können sie schon den ersten Kuss erleben. Perfekt. Und so küssen sich die beiden. Und Zoe bekommt es mit. Aber Zoe ist das egal. Okay. Ich vergesse nämlich schon immer, wer jetzt mit wem eine romantische Leiste hat und wer nicht. Das ist echt sehr verwirrend, muss ich sagen. Dann haben wir noch Mia und Elle. Was werden Mia und Elle miteinander machen? Streiten. Ja. Okay. Mia und Elle werden miteinander streiten. Dann werden die beiden jetzt über Politik streiten. Oh wow. Elle schreit sie einfach voll an. Also ich glaube, Mia hat gedacht, Elle, die wirkt so wie ein Charakter. Da kann ich, die kann ich einfach anmaulen und der ist das egal. Da kann ich meine ganze Wut rauslassen. Aber nein. Elle schreit einfach komplett zurück. Ja, das ist eine wilde Streiterei über Politik. Wie lange streiten die denn jetzt? Das war die Streiterei. Sie war nicht ganz so spannend, aber schon okay. Und als nächstes... Ja, dann haben wir jetzt nochmal Mia und Elle. Okay. Was werden die beiden miteinander machen? Jetzt werden sie flirten. Also ganz wissen sie nicht, was sie miteinander machen sollen, wenn wir uns ehrlich sind. Elle, wo bist du hin? Da. Dann drehst du jetzt gleich nochmal um. Gehst zu Mia und wirst sie einfach mal anflirten. Und? Okay. Ja. Naja, Lara. So gut haben sie jetzt nicht miteinander geflirtet. Denn Mia wollte nicht mit Elle flirten. Man muss schon sagen, Mia macht sich selbst das Leben nicht einfach. Aber manchmal ist das eben so. Dann werden wir jetzt einmal drehen. Was werden Olivia und Toni miteinander machen? Hm? Ich glaube, das ist in eine andere Richtung gegangen, als du dir das gewünscht hast. Die beiden werden sich prügeln. Olivia und Toni. Toni? Wo ist Olivia? Hier. Geh gleich mal in die Küche. Toni geht jetzt hin und wird sie einmal beleidigen. Das wird nicht gut sein für ihre Beziehung. Dann wird er ihr einmal die kalte Schulter zeigen. Dann wird er ihr verbotene Wörter um die Ohren brüllen. Dann wird er sie nochmal anbrüllen. Jetzt hat sie schon eine negative Stimmung mit ihm. Oh no. Dann wird er sie nochmal beleidigen. Dann wird er sie fragen, was sie für ein Problem hat. Ja, die Liebesleiste geht echt ultraschnell runter. Also es ist echt nicht schön, was da passiert, aber sie müssen sich prügeln. Ich mag dich momentan nicht besonders. Ich bin einfach sauer über ein paar Sachen, aber das legt sich vielleicht mit der Zeit oder auch nicht. Toni, du musst dich mit ihr prügeln. Okay. Olivia ist jetzt weggegangen. Sie ist der Diskussion enttronnen sozusagen. Ich würde sagen, er rennt ihr jetzt nicht nach. Vielleicht beruhigt sie sich ja wieder. Vielleicht beruhigt er sich ja wieder. Und jetzt ist er kokett. Ja. Also Toni mochte ich am Anfang sehr gern. Mittlerweile bin ich mir nicht sicher, ob ich ihn gern mag, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat schon einige Dinge gemacht, die ich nicht so toll fand. Aber gut, dann haben wir jetzt noch einmal Zoe und Toni. Was werden Zoe und Toni miteinander machen? Sie werden sich küssen. Dann gehst du hin zu unserer Zoe und wirst sie sanft küssen. Okay, gut. Es hat ein wenig gedauert, aber die beiden küssen sich und Toni denkt schon wieder an Techtelmechtel. Wow. Und wieder sind wir an einem Entscheidungstag angelangt, aber diesmal sieht es anders aus als bisher. Heute haben wir acht Sims und jeder muss sich für einen beziehungsweise für eine entscheiden. Und mit dieser Person bildet er oder sie dann ein Paar. Und in der nächsten Runde treten alle Paare gegeneinander an, aber nur eines kann gewinnen. Und noch im Rennen sind Zoe, Olivia, Mandy, Mia, Clara, Lou, Elle und Toni. Wir werden sehen, wer mit wem in die nächste Runde geht. Wer darf als erstes sein Match wählen? Mia. Mia. Für wen wird sich unsere Mia entscheiden? Ich habe keine Ahnung. Bist du überhaupt Mia? Ja. Könnte es sein, dass Mia jetzt tatsächlich Toni wegschnappt? Denn irgendwie sieht es so aus, als würde sie sich mit Toni tatsächlich am besten verstehen. Ich meine, wobei, Lou 19, Elle 21 und bei Toni haben wir hier auch 21, aber noch 16 Romantik. Ja. Mia wird ihr Glück bei Toni versuchen. Mia wird sich jetzt tatsächlich für Toni entscheiden und wird ihn einfach wegschnappen. Das ist jetzt einfach so. Sie wird hingehen, aber sie ist zu traurig, um ihnen eine Rose anzubieten. Ja, das geht aber nicht. Das geht nicht. Wir müssen die Stimmung weggeben. Das muss... Rose anbieten muss sie können. Sie geht hin und bietet ihm eine Rose an. Er kann es noch immer ablehnen. Das wissen wir nicht. Oh, ich muss die Selbstständigkeit ausstellen. Hört auf, euch zu bewegen, Sims. Und Zoe dreht durch und Lou dreht durch und Zoe haut ab. Toni hat es abgelehnt. Zoe, komm wieder her. Stell dich hin. Mia, du kommst auch wieder her. Er hat es abgelehnt. Er wollte nicht mit dir zusammen sein. Hör auf, mit ihm zu flirten. Nachdem Toni die Rose von Mia abgelehnt hat, müssen wir nochmal ausrollen, wer als erstes nun sein Match wählen darf. Und als erstes wählen darf, Zoe. Ja. Also, wir können uns das ja mal anschauen. Ich weiß gar nicht, wen sie am liebsten mag. Aber es ist ziemlich eindeutig. Also, eigentlich machte sie Janik am liebsten. Der ist aber nicht mehr da. Wir haben dann eben noch Toni, Elle, Olivia, Mandy, Mia, Lou und Clara. Aber es ist sehr eindeutig. Es wird Toni werden. Es ist eindeutig. Ich kann nichts dagegen machen. Deswegen wird Zoe jetzt hingehen und wird ihm eine Rose anbieten. Und wir werden sehen, ob er diese annimmt. Und dann werden die beiden zusammen in die nächste Runde gehen. Und Toni hat die Rose angenommen. Das heißt, Toni hat sich für Zoe entschieden. Und wieso wird er von Agatha Knautschgesicht angerufen? Wir würden uns freuen, wenn du uns mal wieder in Hanford & Bagley besuchen würdest. Nein, danke. Die beiden gehen jetzt zusammen in die nächste Runde. Beide sind nun weg. Das heißt, wir haben nur noch Frauen in der Runde. Und zwar haben wir noch Olivia, Mandy, Mia, Clara, Lou und Elle. Und nun werden wir gleich sehen, wer als nächstes sein Match wählen darf. Elle. Ich habe keine Ahnung, mit wem Elle sich bisher unterhalten hat in ihrem Leben. Von dir habe ich heute, glaube ich, gar nichts gesehen. Sie ist auch angespannt, weil sie arbeitslos ist. Okay. Vielleicht kriegst du durch die Love Island Challenge ja Geld. Wer weiß. Also, noch im Haus haben wir eben Mia. Dann haben wir Clara, Lou, Mandy und Olivia. Aber ich glaube, es ist ziemlich eindeutig, dass es Olivia wird. Ja. 25 und 28. Ich weiß nicht, wann die beiden geflirtet haben. Aber anscheinend irgendwann. Das heißt, sie wird jetzt zu Olivia hingehen und wird... Geh mal hin und mach ihr ein Kompliment über Aussehen. Ich hoffe, wir können ihr dann eine Rose geben. Irgendwie geht das nicht. Aber dann werden sie einfach nochmal flirten. Und wenn das für beide in Ordnung ist, dann können sie zusammen in die nächste Runde gehen. Äh... Okay. Hä? Hat sie das jetzt abgelehnt oder nicht? Zuerst dachte ich, sie hat es abgelehnt. Aber ich glaube, sie hat es nicht abgelehnt. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Aber am Schluss hat sie anscheinend doch geflirtet. Gut, das war jetzt ein bisschen konfus. Aber Elle und Olivia gehen zusammen in die nächste Runde. Gut. Dann haben wir hier noch Mandy, Mia, Clara und Lou. Und als nächstes sein Match wählen darf Clara. Auch bei Clara habe ich keine Ahnung, wen sie eigentlich kennt. Ich weiß es wirklich nicht. Okay, Mia wird es schon mal nicht. Das ist ziemlich eindeutig. Dann haben wir noch Mandy, 20, 24. Ja, das geht eigentlich. Und Lou haben wir 25, 12. Ja, ich hätte aber gesagt, sie entscheidet sich für Mandy. Weil da einfach auch mehr romantische Leiste da ist. Deshalb wird sie jetzt hingehen und wird ihr eine Rose anbieten. Jetzt geht es wieder. Ich weiß auch nicht, wann das geht und wann nicht. Und die beiden gehen gemeinsam in die nächste Runde. Das heißt, Clara und Mandy gehen zusammen in die nächste Runde. Oh, und dann haben wir ja auch schon ein automatisches Paar. Das heißt, die beiden bilden jetzt automatisch das letzte Paar. Das ist Mia und Lou. Ich hoffe, ihr mögt euch. Mia und Lou. Naja, sie haben Freundschaft 18. Es ist jetzt nicht unbedingt viel. Aber es ist vielleicht ausbaufähig. Wer weiß. Ich hoffe sehr, dass euch mein Video gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald. Bis bald. Bis bald.